für die radiohörer gibt es jetzt musik und ihr hört ein hinweis in eigener sache bei haftpflicht helden könnt ihr eure haftpflichtversicherung für 72 euro jährlich abschließen unterstützt uns und werdet mitglied bei haftpflicht helden mit unserem rabattcode könnt ihr dabei zehn prozent beitrag sparen geht jetzt auf online-gaster.com schrägstrich haftpflicht helden und jetzt geht es weiter mit der sendung hallo ja unser gast da draußen ich habe ein paar schöne nachrichten deswegen möchte ich das ganze auch in einer flinken quickie form zusammenfassen ganz konkret wir sind jetzt bei spotify ihr könnt ihr online-gäste ab sofort bei spotify hören und das könnt ihr nicht nur mit den online-gästen machen wenn ihr einen eigenen podcast habt sofern ihr einen podcast habt könnt ihr euren podcast jetzt auch bei spotify hochladen spotify hat sich jetzt geöffnet für podcast warum ist das eine gute nachricht spotify ist für viele inzwischen quasi die nummer eins adresse im internet geworden um musik zu hören und auch immer mehr um podcast zu hören insofern freut es uns dass die online-gäste jetzt dort erreichbar sind wenn ihr bei spotify seid hört uns doch einfach mal rein gebt uns ein paar views gebt uns ein paar kommentare ansonsten diejenigen die bei spotify jetzt gelistet werden möchten das ist eine ziemlich flinke angelegenheit ihr braucht genau zwei dinge erstens ihr braucht ein konto bei spotify und zweitens danach tragt ihr euch einfach bei podcasters punkt spotify punkt com ein das ist ein ziemlich simpler registrierungsprozess hatten wir vor ein paar tagen gemacht und seit heute offiziell sind die online geister bei spotify erreichbar insofern wir freuen uns immer über feedback mein name ist christian und wir hören uns bald wieder bis dann tschüss das war online geister radio bei netzkultur social media und pr von und mit tristan berlet und christian alle links zur sendung kontakt möglichkeiten das archiv zum nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com